So hallo da sind wir wieder zurück zu Left 2 Jetzt hör auf! Unser Server ist abgeschmiert und deshalb müssten wir das neu machen und jetzt ist äh... Ralph ist jetzt nicht mehr Franzis, sondern ist jetzt Louis Ich bin schwarz nur ich schwarz bin Ja jetzt hast du deine scheiß Ausrede Ja dank Okay jetzt müsste er wieder auf ein neues Ich hab ein bisschen ge- bindet also Kann ich abends schon mal einen Kommentar über... AHHH Mal Kommentare über den Chat schreiben Achso wir haben die sch- ich hab die Schwierigkeiten vergessen Oh Boomer Kotze Hm yummy Ich hab so'n Hockets, äh oder wie die... Hocketschläger oder so Kein Hocketschläger sondern Hocketsch... äh irgendwie Ich weiß nicht wie das heißt, Sportart Cricket, genau Cricket, ah ja Aua... 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 Eine Frau besorgt die Scheine... Aua... 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 Aaaa... Aua... Aua... Bost. Aua... Aua... Ok es geht weiter Danke dass er auf mich so schön aufgepasst hat Ah zoppel Hahahaha So ich schwarz bin Ey der hat den Laser Markierer Ich will der Kettensäge Kannst du lange drauf warten Weiß ich nicht ich sag es einfach nicht so Oh ein Brechstange Ich spür ein bisschen Half-Life Oh die guten alten Half-Life Zeiten Geht kaputt hör Voll Half-Life 1 das waren das Zeiten Oh ja Ich mach jetzt die Tür nicht mal auf Ich mach die kaputt Komm ich helf dir Ja du Boomer Oder Kettensäge Hey die will ich jetzt nicht mal haben Ok hier bitteschön Boah Mhhhhhhhhhhhhhhhhh Läger lecker Mhhh Mhhh Oh Gott Wo ist er? Da ist ein Hunter! Boah! Der ist wie vor in die Kettensäcke eingeschwungen, haben Sie es gesehen? Ja! Mann! Ha ha ha! Ich mach mal mein Versteck an! Was? Warte mal kurz! Ich mach mal mein Versteck! Mein Versteck bringt's wohl! Da ist eine Witch! Wo ist denn hier? Oh, da ist ein Boomer irgendwo! Okay, weiter geht's! Boomer! Ah! Der hat die... Fast angekost! Der hat nämlich fast angekost! Wo ist die Witch? Hey, ich geh auf die Witch los mit der Kettensäcke! Pass auf! Wo ist sie? Hier! Hier! Geh! Geh auf sie los! Geh! 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 Auf sie los! Oh, möglich! Come on! Let me heal ya! Ah! Haha! Ich hab gedacht, er wäre auf dem Dach und nicht da drin! Wow! Wow! Oh, haha! Willst du mich umbringen? Vielleicht! Oh! Hä, warte mal! Ah, danke. Adrenalin. Ey, wer benutzt heutzutage schon noch die Tür? Wir benutzen Fenster jetzt. Ich höre eine Kettensäge. Das ist bitter. Ich liebe die Kettensäge, es macht so Spaß mit dem. Ja, finde ich auch. Wo ist der Boomer, wo ist der Boomer? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jetzt kommt durch her. Kommen sie meine Kettensäge drauf rein. Scheiße, mein Kettensäge ist leer. Wir ziehen alle. Alter, wie viele Zombies. Wapens! Weapons. Weapons over here. Weapons. Ab 2021. ich wusste ich muss wenn man sinnvoll ein bisschen sinnvoll wie sich das anhört wenn die leute sich ja heilen das hört sich so an warte so etwas damit gestöhnen hat so jemand durchfall dabei hat so jemand durchfall weil es sich selber halten A L und noch mal weil es so lustig war A ein eine Munition hier Sprengladung Ah, guck mal! Auf dem Auto! Hä? Die sind nicht gestorben! Loll! Ah! Hier ist es abgekackt! Ja, genau hier ist es abgekackt, als die Witch nicht da hatte. Ah, Smoker! Kommst du jetzt? Bin schon da. Alter, was ist denn mit dir jetzt los? Warum stehst du hier? Mein Internet hat gerade irgendwie ein bisschen gehackert. Ich habe dich gar nicht gehört oder so. Vielleicht nicht sagen, weil ich nichts gesagt habe. Das kann auch daran liegen. Ich finde das eigentlich richtig episch, wie sie ihr, wie sie stöhnen. Ich kann kaum laufen. Scheiße, du wirst kommen! Schnell rein, schnell rein, schnell rein, schnell rein! Ich kann kaum laufen! stell aufs dach, stell aufs dach, stell die Tür zu oh man, wer die Tür aufmacht du meinst wohl, wer die Tür kaputt gemacht hat nein, geh nein, geh nein, nein nein sind wir alle angekotzt, oder? nein wir sind Frieden schon wieder ein Boomer oh geil ey, ich verpisst euch Francis stirbt uns gleich weg stell aufs dach, aah, aah aah halt mich bitte, jemand danke da hinten oh, oh, ein Jockey nein nein je oh, der spittert aah scheiße okay, geht's ab wir müssen Francis helfen ich werde geschlagen, Hilfe toll, jetzt habe ich schon wieder kein Leben mehr die okay, wir spielen die auch noch schwer hHere h enfrent le� ich kann grad nicht Nein! 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 Tank! Tank! Nein! 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 Jetzt liegt alles an der Zoe. Ja, Zoe schafft es eh nicht. Der war geil, Alter. Oh Mann, Alter. Wir müssen eindeutig mal ein bisschen mehr Taktik... Alter, jetzt darf man hier anfangen oder was, Junge? Alter... Das ging jetzt übelst ab. Oh Mann, das war... Ich nehme jetzt zwei Pistolen. Ich habe keinen Bock mehr auf Breichstangen und jeglichen anderen Scheiß da. Sind hier Pistolen? Ich habe schon alle abgestaubt. Ich habe zwei Pistolen. Ey, jetzt... Okay... Au! Ey, pass auf die Rüge, Junge! Das war extra! Wir müssen später Taktisch Klug vorgehen. Maschinengewehr nehmen und durchrennen! Diese Einstellung gefällt mir! Bumakotze! Die hebe ich mir auch für später, ey. Ich hab mich angekotzt, Alter! Ah, Jokey! Ich bin im Haus!